Moin moin meine lieben Landratten und was weiß ich nur alles was ihr seid. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fall Guys und ich würde sagen, let's go! Fall Guys! Oh, Türenlauf! Yeah! Verkacken auf höchstem Niveau! Let's go! Ich glaube die Tür in der Mitte ist kleiner. Ich sag die Tür in der Mitte ist kleiner. Was? 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 Ja komm, mach jetzt! Tja, ich hab ein Pro hier vor mir. Oder auch nicht! Gedränge! Ich hab gesagt in der Mitte. Einfach der Pro. Oh oh! Oh oh! Oh! Oh mein Gott! Ich glaube ich war der letzte, Alter! Huh! In der ersten Runde schon der letzte, das ist aber kein gutes Um. Hindernisrennen, das ist auch immer wieder eine lustige Angelegenheit. Hallo, du miese Pommesau! Oh, neue Schwierigkeitsgrad. Die ist am Metamern. Die wirklich war so sehr... Ey! Ah! Ich bin schon wieder Vorletzter, Alter! Was ist denn mit mir? Och nö, nicht das schon wieder. Schneeballüberlebenskampf. Hihihi! Woo! So, jetzt muss ich gucken hier. Also es fliegen ja auf jeden Fall Schneepelle hier rum, die mir auf eins auf der Fresse gehen. Oh ja, zum Beispiel der da. Äh, au! Aua! Was soll denn das? Warum haut der mir so auf die Schnauze? Kann ich nicht einfach hier stehen bleiben? Halt mich doch nicht fest, du! Kleiner, blöder. Komm, ich schieb die da mal. Aua! Hier weg. Ah! Nein, 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 nein! Kein Karma, bitte! Kein Karma! Kein Karma! Ah! Wir brauchen noch zwölf Sekunden, das packen wir. Aua! Komm schon, das... Das schaffen wir. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Nein! Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Als ob ich in der letzten Sekunde jetzt ausgeschieden bin. Bitte sagt mir, es ist irgendein Bug und ich bleib trotzdem drin. Ach, leck mich doch am... Äh! Da bin ich jetzt echt rausgeflogen. Was ist das für ne dämliche Sch... Äh! Yeah! Noch ne Runde, weil ich ja so sch... bin und direkt vom Finale aus rausgeflogen bin, Alter. Rollweg. Das geht klar. Hoffe ich. Ne, das geht nicht klar. Das ist ein Scheiß-Game. Jawohl. Ja. Das... So gefällt mir das. Ach, dann leck mich doch, du Drecksack. Das ist halt wieder... Das ist halt wieder richtig... Äh! Also, wenn ich jetzt hier rausschliege, bin ich immer sauer. Los, los, los. Los, los, los. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Ja. So machst du es. Wie bin ich da denn? Hä? Weiter geht's. Ach, Wöpfelwirrwarr. Das kennen wir doch. Zu gut, ne? Wöpfelwirrwarr. Yeah! Ach, dann... Du... Äh! Nee. Nee. Nee! Nee! Äh! Äh! Also, ich will doch einfacher ins Finale! Hä? Wie er sich bewegt hat. Geil. Okay, ich bin hier oben. Ich bin doch nicht oben! Äh! 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 Alter! Was ist denn mit... Also... Das ist doch jetzt echt eine Unverschämtheit. Das kann nicht wahr sein! Äh! Sondern, wann bin ich denn so scheiße? Ist auch nicht mehr lustig jetzt. Jetzt mach ernst. Dämliches A... Und schau wieder Rollweg. Yeah! Geil O-Mariko. Immer dieselben Kackspiele, wo ich rausfliege. Schöne Drehung. Ey! Der hat mich in die Luft geschaltet. Habt ihr das gesehen? Der hat mich schwer beeinträchtigt. Der kleine... Huuu! Solche Frechdexter, die ja dann auch vor dem Ziel stehen, ne? Mh! Perfektes... Da sind zwei rausgeflogen. Ey, wie doof muss man denn sein? Hä? Jetzt muss ich der Masse hinterher. Nein! Ich fühle mich hier echt gemobbt. Was ist das denn für ein... Kinder nicht zu rennen. Ja, da rushen wir hoffentlich wieder durch. Und diesmal kommen wir auch nicht unbedingt als Letzter rein, sondern... Vielleicht doch als Erster? Hm? Halt mich nicht... Halt doch... Halt mich nicht fest, du blöder... Halt mich doch jetzt nicht fest. Mann, ey, ich... Ich fliege hier safe raus. Das ist so bodenlos, dass sie mich alle festhalten. Und... Nicht Letzter! Jawoll! Weiter so. Sehr gut. Ja... Oh, nö... Nicht Fruchtsumme. Ne, da fliege ich auch raus, Alter. Da kann ich direkt... Da kann ich direkt... Da kann ich auch direkt wieder rausgehen. Und wenn ich weiterkomme, dann ist Instant Finale. Wir geben unser Bestes. Auf geht's. Alter, ich hab's... Man sieht das so schlecht. Drei grüne, drei rote, zwei Bananen. Ja! Ja, ich hab's geschafft! Ja! Hahaha! Jawoll! Auch nicht direkt Finale? Ach, gönnt doch mal! Was soll denn das? Oh, nee! Wippkanonade! Nein! Bitte nicht! Da werde ich jetzt wieder auseinandergenommen. Aber dieses Mal ist keine Axt in der Mitte. Geht doch alle einfach in die Mitte. Ich versteh's nicht. Oh, mein! Nein, 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 nein! Nein! Och! Och, Mann! Och, Mann! Ich will hier noch so! Boah, jetzt bin ich echt langsam salzig. Heilige Scheiße! Wir gehen das so was. Oh, buenosßerdem.